Ihr seid gegrüßt und willkommen zurück zu Let's Play Iceman Dale 2 Joa letztes Mal haben wir unsere nette Dämoneten Halbdrachen Antagonisten gefunden und wir bereiten uns jetzt mal auf den Kampf gegen sie vor da wir ja so schön in andere Richtungen gelaufen sind ja mal sehen wie weit wir kommen ob uns gleich jemand entgegen kommen wird oder nicht vielleicht sollte ich auch mal gucken wie man welchen Zauber am besten wirkt bei der man eine bestimmte Wirkdauer hat aber ich mache jetzt einfach mal den einen Zauber sollten wir vielleicht unserer Magerin die ganzen Gefühlszauber noch mal beibringen weil die sind ja doch immer recht praktisch und dann hat der Kleriker nicht so viel zu wirken da müssen wir noch mal sehen irgendwann nehmen wir die noch mal wer weiß ob sie böse sind wer mal wünschenswert naja Schutz gegen Böses bringt ja immer einen Bonus von daher und jetzt noch den Domänen Zauber hier so dann können wir uns doch mal in die Schlacht stürzen mal sehen wie lange wir durchhalten bis die ersten in Panik davon laufen also da haben wir Madame da haben wir ein Barbaren Schaman hat keine zukunft ach du hast dich da oben platz ich muss das Tempel irgendwas die zaubert auf jeden fall irgendwas ist ja langweilig so da sind noch mehr wirkt Segen wieso segnet ihr euch das finde ich nicht gut warum dürft ihr das ich könnte natürlich auch die halbbrachenlady jetzt mit einbezaubern was ich hier bei mir habe gefühlt Zorn Hexenmeister hätte ich gleich mal anwenden können aber nein vergesse ich natürlich hier guck mal Drachen mögen magische Geschosse schließlich auch ja du bist leicht verletzt ich darf die Treppe anscheinend nicht hochgehen was darf es denn sein wir rutschen die Treppe mal wieder runter was das denn hier Treppenhebel ah ja wir müssen den Hebel anschließen damit wir die Treppe hochgehen weil ähm wo ist der Priester so der ist doch da so den darf ich so nicht anwählen hier bin ich hier nochmal einen guten Schuss und du machst vielleicht auch mal einen guten Schuss und wenn die anderen beiden nicht treffen dann trifft vielleicht sie schon gut schon gut ah ja gut gut auf nach oben so wir bearbeiten sie währenddessen weiter mit magischen Geschossen ja ich denke mal dass die das nicht unbedingt so gut überleben wird auch wenn wir gar nicht mal so vorbereitet an den Kampf reingegangen sind wie ich ja während des Kampfes eben festgestellt habe ich bin gespannt auch was hast du mit dem armen Zwerg gemacht das ist doch nicht der arme Mönch da alleine gegen dich ich könnte auch mal hinterher kommen ja der Zwerg der fängt sich schon wieder so weiter magische Geschosse auf sie schießen hm nimm immer schön zwei Schaden immerhin oh warum lässt die immer nur den Mönch da stehen ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen fast tot so hier da bringen sie um Fedora mach was tolles sowas wird hier wohl kaum überleben so nimm du mal das Ding dann wenn du schon im Nahkampf kämpfst meine Lebenssonne geht unter tja ihre auch naja gar nicht mal so schwer aha wenn dann mal alle zurückkommen würden dann wäre ich schon mal sehr glücklich hm ihr wart da unten irgendwo ja das war doch schon mal gar nicht so schlecht und dann gibt es noch einen Seitenausgang ganz reich du hattest noch Platz im Inventar dann plünderst du jetzt mal anständig so wie sich das gehört nachgetane Arbeit ja wir wissen ja dass wir dann mal plündern wie nichts gut ist ich kümmere mich drum wir müssen aber echt mal einem anständigen Händler ankommen oder ich muss mal boah dein Inventar kann doch nicht boah er hat noch so Aurelius du was Gutes sammeln unser Zeug ein so was hat die nette Dämonette bei äh die Halbdrachen dabei sag mir bitte dass der einen Zweihandhammer mit hat einen lächerlichen Zweihänder und einen Stab und komische Tränker Brandöl aber wenn wir schon dabei sind können wir hier oben mal versuchen lang zu gehen ohne zu sterben mhm hier gibt es anscheinend irgendeine Krypta oder sonst irgendwas wo man reingehen könnte und er ja er hat's getroffen und da geht's an der Seite rein oder raus da bin ich mir noch nicht ganz so sicher ja so hier haben wir alles wir sollen allerdings noch Leute befreien also müssen wir wohl oder übel nochmal nach unten ob wir wollen oder nicht ich schätze mal da muss jetzt noch was gehen eben kurz aber wir können ja eben noch den einen Zauber sprechen warte mal eben hier so sei es schön auch wenn er jetzt vermutlich nicht gewirkt hat weil ich zuvor schnell war aha ein Schneetroll hab ich auch schon länger nicht mehr gesehen sogar ein paar mehr darum schreit er also die ganze Zeit Hilfe trägt schon die Maske des Todes ähm wir haben noch ein paar Meteoriten dabei oh wunderbar ich weiß nicht wie lange ich noch durchhalte ah passt schon hier nimm einen kleinen Heiltrank du nimmst mal einen großen und du tötest die Trolle die ungekippt sind wenn es euch Spaß macht sooo den da hätten wir dann noch gerne die nur fast tot zeigen wir ihnen aus welchem Holz wir geschnitzt sind so der ist weg ah meine Lebenssonne ja hab ich ja schon mal gesagt du trinkst dir was und dann geht das wieder gut wir vollbringen so dann auf den hier und jawohl ich sollst du bezahlen ist das alles was du kannst so der ist auch tot so der Schneetroll hat gleich auch hinter sich oh unser Feuer ist leider aus ach holen wir uns noch mal ein paar Meter hinterher ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen das ist genau das Richtige um so verstrollt Trolle eben wegzumachen ja und dann nur noch auf den hier so weg ist er wie ihr wünscht so da hätten wir dann noch den einen Behälter da brauchen wir irgendwie mal ein bisschen Leben der da ran kann also nimmst du den mal weil du dann mental noch nicht ganz dicht geschwurbelt hast und dann nehmen wir das da mal noch raus ich höre so sei es so ähm was zur Hölle und der Raymond Hart schreit Hilfe ist ja widerwärtig ich frag mich ob der Kerl von dem Vieh gefressen wurde wenn es euch Spaß macht wenn es euch Spaß macht wenn es euch Spaß macht Pah, also ich sag dir, ich war so gut wie geliefert. Meine Zauber waren so gut wie verbraucht und ich hatte diesen verdammten Wurm noch immer nicht eingeschläfert. Ich, oh, entschuldigt bitte. Was macht ihr denn hier? Glück auf, ich bin Fedora. Zack, lautet der Name, Zack Busenberry, Kleriker und Illusionist im Dienste bei Evans Wildwanderers. So entschuldigt mich einen Augenblick. Och, och, ach, vermutlich, ja, er übergibt sich. Wenn ihr Zack seid, dann muss das eure Botschaft sein. War mir ja nicht so sicher, wo ich da reingeraten, reingetreten hab. Aber es hat wohl gereicht, dass der Wurm ein oder zweimal gerülpst hat. Genug, um diese Botschaft nach draußen zu befördern. Ähm, habt ihr irgendwo eine Spinne gesehen? Ähm, Spinne? Aoha, mein Reittier. Sie ging verloren, als mich der Wurm angegriffen hat. Sie ist eine Riesenspinne, aber ganz zahm und wohltrainiert. Sanft wie einem, wie ein Mäuschen. Wir haben sie gefunden. Ich danke euch. Und euch natürlich ebenso, Fedora. Äh, wo, wo ist noch meine Anoha? Aoha, ähm. Sie hält sich im Nordwesten des Gletschers auf. Aoha, komm schon, Mädchen. Oh, ich vergaß beinahe, dass ich auf ein paar Gegenstände gestoßen bin, als ich in diesem Wurm herumwürde. Lebt wohl, ähm, lebt wohl. Wir haben Gegenstände direkt, die irgendwo auf dem Boden liegen oder irgendwo anders oder die irgendjemand jetzt im Inventar hat. Man weiß es nicht. Äh, sie können überall sein. Ja, wir müssen unbedingt Ordnung schaffen. Äh, was heißt wir? Ich kann das machen. Ich hab das Inventar so verschlampen lassen. Wenn es euch Spaß macht. Also ist da eine Spinne da irgendwo und, äh, hier, Aurelius geht dann mal ran. Ja, das nehmen wir noch mit. Ähm, ja, was tust du? Wir können die Tür hier eben noch öffnen, was keine gute Idee ist, aber was soll's. Ach, es ist doch eine gute Idee. Was ist jetzt eigentlich mit deiner Spinne? Was für eine Überraschung. Erneut zum Gruß, Fedora. Hm. Kann ich euch eine Frage stellen? Aber sicher, worum geht es? Wie seid ihr denn in den Remon-Haas geraten? Ich habe mich gerade auf meine Aufzeichnung konzentriert und gar nicht bemerkt, wie sich das Vieh genähert hat. Und schwupps, mit einem Schluck war ich in seinem Magen. Bin schon seit Tagen hier. Das Vieh hat euch also grundlos angegriffen? Nein, es war zum Angreifen ausgebildet. Ich habe nicht einmal gehört, dass sein Herr einen entsprechenden Fehl erteilt hatte. Hm. Sprach von Aufzeichnungen. Es wurde hier ein Tempel aus Eis errichtet, den ich aus persönlichen Gründen studiere. Ich muss so viel wie möglich darüber in Erfahrung bringen. Ich muss so viel wie möglich darüber in Erfahrung bringen. Falls ihr über Informationen verfügt, die ihr mit mir teilen könntet, wäre ich euch dankbar. Hm. In Ordnung, wir werden sehen. Wir werden euch dann darüber informieren, was wir wissen, sobald wir mehr wissen. Bis dann. Ja. Lebt wohl Fedora. Möge euch helfen, Götter und ebenfalls. Ja. Jede Information über den Tempel ist für dich wertvoll. Das ist gut. Wir gucken mal. Da geht's auch noch weiter. Gut, dass unser Zwerg fast überhaupt nicht tot ist. Was haben wir denn noch, um den Mumpiden aufzupäppeln? Ich meine, ja, er hat immer noch fast mehr Leben als Fedora. Ja, auch nur fast. Aber er ist halt der Zwerg. Wie ihr wünscht. Ach, hier ist hier überhaupt nichts. Wir kämen da durch die Seite rein. Also, in Ordnung. Der Zwerg war klein, so wie kräftig, wie es scheint. Wenn es euch Spaß macht. Kommen wir hin? Ich will nur mal gucken. Ich will eigentlich durch den Haupteingang gehen, wenn möglich. Tolle Scheiße. Und das Abishai? Schluss mit der Gewalt. Ich flehe euch an. Wir sind nicht wir selbst. Wir können dem Zwang, Blut zu vergießen, nicht widerstehen. Erklärt es mir. Es befindet sich hier eine Präsenz, die noch mächtiger als Auriel ist. Sie verwirrt unseren Geist, sodass der Geruch von Blut uns in Berserkerrausch versetzt. Es wäre klug von euch, euch zu heilen und dann von hier zu verschwinden. Erzählt mir von der Präsenz. Ich weiß nur, dass da eine Stimme in unserem Gedanken ist. Sie ist nah, gleichzeitig fern und trägt einen unverständlichen Namen. Ich bin älter und erfahrener als die anderen. Deswegen kann ich wohl dem Drang widerstehen. Warum sollen wir euch helfen? Dem Drang? Unser Kampfrausch wird vom Blutgeruch entfesselt. Wenn eine Kreatur offene Wunden hat, je weniger Blut wir riechen, desto besser haben wir uns im Griff. Warum seid ihr hier? Dieser Schlampe Sheninkal hat uns hierher gelockt. Sie hat behauptet, wir würden zu Mitgliedern in so einer Legion werden. Doch alles, was wir hier fanden, war die Stimme in unserem Kopf und der Blutdurst in unseren Kehlen. Wir sind in dieser Lagerstätte gefangen und dazu gezwungen, an Lysaras Ritual teilzunehmen. Ihr seid hier gefangen? Die Türen öffnen sich nur, wenn Lysara ihr Ritual vollführt. Der Verschlussmechanismus ist mit dem Opferpodest verbunden, das sie benutzt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Vielleicht sind da noch weitere Tricks. Das Ritual? Uns heilen, können wir auch nochmal fragen. Unser Kampfrausch wird vom Blutgeruch entfesselt. Wenn eine Kreatur offene Wunden hat, je weniger Blut wir riechen, desto besser haben wir uns im Griff. Alles gut, wir verstehen, lebt wohl. Ich will hier raus. Wie komme ich hier raus? Wenn die mir nicht hinterher kommen, ist alles in Ordnung. Dann kann ich mich auch heilen. Ja, dann speichere ich, dann ruhe ich mich aus und dann kann ich da wieder reingehen. Oder wie sieht das aus? Ich kann es ausprobieren, ja. Ah ja. Schwacher, weißer Abishai. Sie sahen ja auch sehr nach Abishai aus. Wenn es nicht Spaß macht. Die Türen werden sich nicht öffnen. Diese verschlossene Tür ist kein sichtbares Schlüssel, Lars. Loch, los, ey. Meine Zunge ist heute die ganze Zeit nur im Weg. Elnorden, Ernorden. Ist in die Oberfläche gemeißelt worden. Bei der auch? Die verschlossene Tür hat keinen sichtbares Schlüssel, Lars. Elnorden, Ernorden. In der Oberfläche gemeißelt worden. Bei nahem Hinsehen entdeckt ihr Drähte, die unter dem Eis entlang von der Tür zu dem Podest führen. Das ist das selbe. Keine Ahnung. Links, Norden, Rechts, Norden? Oder was soll das bedeuten? Wie ihr wünscht. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal durch den Haupteingang rein. Vielleicht finden wir da ja was raus. Kann ich mir jetzt gerade noch keine Reim drauf machen. Hat der jetzt eigentlich dauerhaft irgendeine Fähigkeit, wie der so hochgelevelt ist? Schutz vor Kälte. Weiß ich nicht. Müsste ich mal an sein Profil gucken. Er ist jetzt Stufe 7. Informationen, Klasse, Mönch, Betäubender Angriff, Entrinnen. Ah, ist jetzt egal. Hab ich keine Lust mit euch durchzugucken. Kann ich mir allein mal angucken. Oder er hat irgendwelche Ausrüstung an, die ihn vor Kälte schützt. Wobei wir mit der Ausrüstung allgemein mal ein bisschen... Wie gesagt, ich muss Inventare sortieren. Ich denke mal, wenn ich jetzt nur 4 oder 5 Folgen habe, werde ich auch für die Woche aufhören. Aha, da liegt jemand tot aus. Botschaft von... Achso, ähm... Ja, warte mal. Wir gehen wieder raus. Alles klar, ihr habt's verstanden. Speichern heben. Auch wenn das nicht so lang sein sollte, werde ich dann hier aufhören. Ja, es ist... Ich hab ja zum Glück nur die ganze Arbeit. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommen wird. Das kann nicht viel sein. Denk ich mal, ich denke mal, dass das meistens wieder äußerst nützlos sein wird. Aber das werden wir dann ja sehen. Im Prinzip haben wir ja auch noch keinerlei Ausrüstung großartig an. Von daher kann das ja nur besser werden. Was hast du denn an, was ich vor Kälte schützen könnte? Achso, Yeti-Handschuhe hast du. Ja, gut, dann will ich nichts gesagt haben. Nee. Wir sehen uns dann nächstes Mal hier wieder mit aufgeräumten Inventaren und dann kümmern wir uns irgendwie um diese komische Tempelanlage. Bis dahin, auf Wiedersehen.